Ich starte mein Basislehrjahr im BBC. Ich bin voll am Start, um neue Skills zu entdecken und mein Game auf das nächste Level zu bringen. Ich werde hier von so vielen neuen Eindrücken geflasht und bin mega gespannt. Neue Kollegen und Kolleginnen habe ich auch schnell gefunden. Vor allem, weil ich zum ersten Mal mit anderen zusammen bin, die die gleichen Interessen haben. Ab jetzt werde ich Verantwortung übernehmen. Ich freue mich auf die Challenge, denn es ist eine super Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Jetzt Jumping in die Zukunft. Unsere Rolle als Coach ist wahnsinnig spannend. Wir begleiten die Lernenden auf ihrem Weg durch das erste Lehrjahr. Von Anfang bis zum Schluss. Unsere Motivation und Leidenschaft ist es, die nächste Generation von Talenten auszubilden. Im Vordergrund steht die fachliche Ausbildung. Wir versuchen, unser Wissen weiterzugeben und die individuellen Fähigkeiten von jedem Lernenden zu fördern. Dazu ist auch die persönliche Entwicklung enorm wichtig und wird in vielerlei Hinsichten gestärkt. Über 200 Partnerfirmen ermöglichen in Zusammenarbeit mit uns, in einem Lernenden, einen lehrreichen Start in die Berufswelt. Gemeinsam mit unseren Coaches und Lernenden wird das BBC mit fortlaufend neuen Skills, menschlich wie auch fachlich, immer wieder aufs neue Level gebracht. Zusammen schaffen wir einen Raum für Entwicklung. Raum für Kreativität. Raum für Innovation. Wir wünschen allen Lernenden erfolgreichen Start ins BBC Basis Lehrjahr. Raum für Innovation. 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 Raum für Innovation.